Ok, weißt du, ich bin fest, also dann fangen wir mal an. Mit selber einfach überwichtig. Ich bin fest, ich bin fest, ich bin fest. Ich bin fest, ich bin fest, ich bin fest, ich bin fest. Okay, das ist halt so, ja. Ähm, geht's hierhin ja auch nicht hier, wie es wichtig ist? Achso. Wir haben hier Herausforderungen. Hä? Hä? Kannst Einzelangriffe kombinieren, aber auch Kombinationen verketten. Probier's mal damit! Die Leads! Ja, super. Ich weiß nicht, wie er fälscht. Jetzt mach was anderes. Üb doch mal den Luftschlitzer zu einem Luftschuss zu verketten. Hab ich doch gerade. So einfach. Das war ein guter Kampf. Den werde ich noch lange an den Knochen spüren. Hier. Das versprochene Zeichnen. Danke. Das erste habe ich. Geh zu den Trainingsplätzen am Bollwerk und in Dornmarsch. Erlange die Zeichnung. Das ist ein guter Kampf. Aber ich glaube, du hast eine Chance. Und wenn du mehr trainieren oder noch eine Prüfung ablegen willst, bescheid sein. Du wirst hier immer willkommen sein. Ich habe die Röder in den Knochen. Ich habe die Röder in den Knochen. Ich habe die Röder in den Knochen. Ja. Ach so. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich bin ja doch schon fast da. Ich bin ja doch schon fast da. Ich sehe dich, Streiterin. Na, super. Noch mehr. Noch eben. Na gut. Kämpfen oder ausweichen. Ich sehe dich, Streiterin. Was? 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 Die Satz mitten um Sega Signals empfangen. Ich weiß nicht, ob ich auch so mache, wenn ich mich so mache, jetzt wahrscheinlich auf. Lendlich. Chain. Was ist das? Nein, nein. Okay. 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 Das war's für heute. Es ist so, ich bin dann... Okay. So, okay. Okay. Ich habe die Signalquelle. Nicht allzu weit von hier. Ich muss nur hinkommen. Und dennoch geht's. Bestimmt eine gute Aussicht, wenn ich hier runtergleite. Ja, ich habe auch nicht weit. Wenn ich auch darüber schaffe, dann... Ich habe mir wirklich einen ... Schema. Ich habe die Plätze auf Knochen. Das ist ein anderes 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 Knochen. Das nicht so, nicht so, nicht so. Ah, Kaffee-Effener in den Mediabschiffen, nicht schlecht. Ich kann mich nicht mehr so hoch, wenn ich mich unterholen. Schade. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich weiß, dass er auch so kommt, dass er auch so kommt. Der Sand brennt auf der Haut. Okay, ich hätte somit mit einem Wetter einen Stop, bevor ich ihn erreichen kann. Oha 2. Du kommst jetzt mit! Nein! Der Versuch. Du gehörst mir! Die Drohne ist unten, ich sollte mir die Daten holen. Verhalten. Also. Mein Fokus empfängt das Signal, das Silger gefunden hat. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich dafür einen Ursprung suchen kann. Die Frostpunition benzieht hier nicht viel Schaden. Die Frostpunition wird noch nicht mehr aus. Ich bin der Fall. 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 Das war's für heute. Mal sehen, was ich damit machen kann. Ich weiß nicht, wie viele Böse da hier liegen können. Ja, sowas war ein Heißhorn, was darf hier? Heißhorn, was darf hier? Das war's für heute. 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 Hier. Das sollte ich mir genauer ansehen. Da geht's nicht rein. Vielleicht gibt's noch einen Eingang. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Fix doch mal. Sieht vielversprechend aus. Na gut, klein ins Wasser. Da bist du ja. Mal sehen, was drin ist. Na gut. Klingt, als wäre er ihr sehr wichtig gewesen. Das wird Silger erfahren wollen. Und der Sender darin, der die Nachricht übertragen hat, wird sich sicher interessieren. Vielleicht. Die Tenerg-Soldatin hat mich vor ihnen gewarnt. Was über die Teilen kann nichts Gutes sein. Hey! Hey! Das ist alte Weltausrüstung zur Kommunikation über weite Entfernungen. Die Nachricht wurde gestoppt, als ich sie nahm, aber ich habe die Nachricht gehört, von der die Stimme sprach. Wie lautet sie? Wir sind wohl irgendwie seelenverwandt. Ich wünschte, ich könnte meinen Bruder so eine Nachricht senden. Sagen, dass ich ihm vergeben habe. Das hätte er gewollt, das weiß ich. Dieser Mann, der, der Alte, hat er die Nachricht je gehört? Ich glaube nicht. Tja, das ist wohl auf der Lauf der Dinge. Doch bei der Stärke dieses Geräts konnte die Senderin hoffen, dass er es gehört haben könnte. Tolle Sache. Nachrichten nach nah und fern zu schicken. Kann ich das behalten? Es ist ein Schatz. Natürlich. Danke. Manchmal erfahren Menschen nie, was sie wissen sollten. Aber mit diesem Ding kann ich sie vielleicht miteinander sprechen lassen. Den ganzen Weg von Hauptquell bis, wer weiß wohin. Hey, ich habe in dem Lager noch ein paar Dinge gefunden. Vielleicht kann ich daraus etwas herstellen. Kann ich deine Werkbank benutzen? Na klar, gleich da hinten. Jederzeit, Aloy. Sie gehört dir. Ich glaube, ich weiß, was ich mit den Teilen machen kann. Okay. Okay. Ich hab dich hier. Ich gebe dir. Ich rede dir. Packerei. Aber ja, ist aber gut, weil ich bin ja erst, ob ich es verkaufen kann oder nicht. Jupp, ich werde ihn jetzt verkaufen. Okay. Let's go. Okay. der ist der 1 1,2,3,4,4,5,0 Das ist hier. Hier ist nicht viel los. Das ist hier. Okay, so. Schön leise jetzt. Ich bin drin. Um rauszufinden, was hier los ist, muss ich denjenigen finden, der die Leitung hat. Sie scheinen diese Waffen und Rüstungen transportbereit zu machen. Stimmt für Rebellen im ganzen Westen. Es dürfte ihre Operation stören, wenn ich sie vernichte. Hoffentlich feststellt bald mal was. Das ist mal los. Oh, das ist ein Gefehl, das ist ein Gefehl. Ich stehe die Fremde. Fuck it. Na da, die Funktion. Und so ist es hier gewesen. Oh, oh, oh! Was ist das? 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 ツbole. Nein. Schneck, snake, 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 Makele they not be Ich koche schon in meiner Rüstung. Aber ich hatte eigentlich keine solche Dage Creepy-Tarwhat eigentlich eher. Ja, okay also gut. Er hat das Vitalia Wurfe einfach nicht mehr eins trägt. Aber ich streue mich zu. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Das wäre ja bislang an der Stelle, sonst wäre es wirklich zu lang. Bis zum nächsten Video. Bis da heute. Ciao.